Heute berichten wir über eine familienfreundliche Alternative zu Stonehenge. Für unseren Trip-Tipp sind wir extra nach Elfbury gereist. Weshalb wir an Stonehenge noch vorbeigefahren sind? Wegen den vielen Touris und den viel zu hohen Eintrittspreisen. Eine Family muss über 50 Pfund bezahlen. Und das finden wir persönlich zu viel für ein paar Steine. Vor allem, weil es ein paar Meilen weiter eine ähnlich interessante Steinansammlung gibt mit einer ähnlich spannenden Geschichte. Und diese Steine darf man sogar berühren. Weitere Infos gibt es in der Infobox. Wir Kinder durften auf dem Gelände sogar spielen. Ja, wir hatten die Walkie-Talkie dabei. Sophia, wir stehen hinter dem Rundesteil. Lappers-Steil, over. Wir stehen hinter dem Rundesteil, over. Lappers-Steil, 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 over. Seid ihr anderer Meinung? Findet ihr Stonehenge besser? Schreibt es uns unten in die Kommentare. Und gebt uns einen fetten Daumen nach oben. Komm, mach, jetzt kann ich noch. Ja. Gut? Ha! Jetzt weiß ich nicht mehr.